Ja, und da sind wir im Donut Ebene 3 Donut Ebene 3, ich denke mal das heißt aber Donut Ebene wegen den ganzen Maulwürfel oder wie? Sieht auf jeden Fall auch wieder richtig gut aus. Es könnte eventuell sogar eine ältere Karte sein, wenn ich mich jetzt nicht recht höre Weil ich kenne sie ehrlich gesagt ich meine von der Wie nicht, aber sie könnte fast schon vom DS sein Wobei es natürlich hier in dem 50 CCM auch noch mal eine extra Kategorie gibt mit alten Karten Die wird man natürlich auch noch zocken, die kommen dann nach dem normalen 50 CCM. Ich denke aber mal, dass wir nach dieser nach diesem Cup, den wir jetzt aktuell haben Also sprich nach dieser Runde und den nächsten zwei Noch, ne warte mal, wir haben jetzt glaube ich schon zwei Ich weiß gar nicht wo wir sind, ob wir jetzt in der dritten oder vierten Runde sind Interessant auf jeden Fall Danach hätten wir, denke ich mal, erstmal wieder ein bisschen die Mini-Spiele machen Vielleicht dann nochmal Ballonrennen, also Ballonrennen, nicht Ballonrennen, sondern Ballonschlacht Die war richtig cool, also hat mir persönlich auch wirklich sehr viel Spaß gemacht Euch beim Zuschauen anscheinend auch, ihr habt wirklich gut aufgerufen, muss man sagen Und von daher, wenn es euch natürlich Spaß macht, das ist ja halt eben auch das Ziel eines jeden YouTubers Wobei ich mich jetzt natürlich selbst noch nicht YouTuber nennen möchte, ich bin ja noch ziemlich klein Aber es ist ja trotzdem so, es gibt irgendwo Menschen, die sich diese Videos vielleicht auch angucken Laut Statistik auch bis zum Ende Und diesen Menschen möchte ich ganz einfach, ja, mit solchen Videos, die halt eben auch gerne mal geschaut werden Natürlich den Tag ein bisschen verbessern, das sollte ja immer das Ziel eines Video-Content-Creators sein Egal wo er es hochlegt, es kann ja auch auf TikTok sein oder auf Instagram Es gibt ja so viele Möglichkeiten mittlerweile, wo man Videos hochladen kann Und deswegen, wie schon gesagt, der Ballonrennen oder die Ballonschlacht, die ist halt eben wirklich gut angekommen, muss ich sagen Und deswegen werden wir die auf jeden Fall nochmal machen Ich würde aber auch ganz gerne nochmal die anderen Rennen, die es so gibt Oder ich sag immer Rennen, weil wir hier Mario Kart eigentlich immer Rennen fahren Aber hoch fahre ich denn überhaupt hin auf Grünstreifen Auf jeden Fall möchte ich aber trotzdem auch ganz gerne mit euch mal noch die anderen Minigames vielleicht austesten Und eventuell kann man das ja dann auch immer mal ein bisschen regelmäßig mit reinbringen Dass man halt eben immer einen Cup macht Und dann nach dem Cup kommt ein Minigame Irgendwie so, also, dass wir das vielleicht auch mit ein bisschen regelmäßig reinbringen Und halt eben nicht immer nur ab und an, wenn wir mal, ja, Lust haben, würde ich jetzt fast schon sagen Oder, ja, Lust ist jetzt auch falsch gesagt Sondern halt eben einfach nur Wenn ich halt eben mal aufnehme, weil ich mal nicht vergesse, mal nicht aufzunehmen oder wie Also ich kann es jetzt ganz schlecht erklären, muss ich sagen Müsste jetzt die zweite Runde gewesen sein Dann geht es jetzt in die dritte Runde Also folgt noch zwei Videos vor der nächsten Ballonschlacht